Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Sind Sie alle bereit? Psalm 110. Diesen Psalm schrieb David im Heiligen Geist. Er wurde zu einem Psalm, den die Menschen des Neuen Testaments zitieren. Jesus selbst hat einmal im Matthäusevangelium diesen Psalm zitiert. Es ist ein messianischer Psalm, was bedeutet, dass er über unseren Herrn Jesus Christus spricht. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Sehen Sie das erste Herr und das zweite Herr im ersten Satz? Sehen Sie, dass es unterschiedlich geschrieben ist? Das erste Herr besteht aus Großbuchstaben. Beim zweiten Herr ist nur das H großgeschrieben. Das bedeutet, dass hier im Hebräischen zwei verschiedene Namen Gottes benutzt werden. Beim ersten Herr in Großbuchstaben steht Jehova oder Yahweh. Yahweh sprach zu meinem Adonai. Der Vater spricht zu Jesus, dem Sohn. Der Herr, Yahweh, sagt zu Adonai, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wann sagte der Vater das zu Jesus? Nachdem Jesus die Sünde, den Tod und die Hölle besiegt hatte, von den Toten auferstanden war und leiblich zurück zum Vater gegangen war. Da sagte der Vater, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Ah, da kommt mein Stuhl. Ich will es Ihnen zeigen. Der sieht zwar nicht so aus wie ein Thron, aber es wird reichen. Vielen Dank. Der Vater sagte also zu Jesus, setze dich, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Denn damals hatte Jesus zwar seine Feinde besiegt, aber sie waren ihm noch nicht als Schemel zu seinen Füßen gelegt worden. Wenn damals zwei Länder gegeneinander Krieg führten und ein General in den Krieg zog und gegen den feindlichen König und sein Land und seine Armee kämpfte, führte er, wenn er gewann, den feindlichen König oder seinen General und alle Hauptmänner in Ketten zurück in sein eigenes Land. Der eigene König saß auf dem Thron und man brachte den König des anderen Landes und seinen General herein und zwang sie, sich auf allen Vieren zu verneigen. Und dann legte der König seine Füße auf sie. Verstehen Sie? Und alle jubelten. Das ist das Thema, über das ich heute sprechen möchte. Gott hat zu mir gesagt, Sohn, sag den Leuten, dass sie meine Haltung auf dem Thron einnehmen sollen. Jesus hat mir aufgetragen, ihnen zu sagen, dass sie seine Haltung annehmen sollen. Er sitzt auf dem Thron, nicht wahr? Wie ist seine Haltung? Seine Haltung ist heute diese. Er sitzt, nicht wahr? Seine Haltung ist so. Er erwartet, dass der Vater seine Feinde einen nach dem anderen unter seine Füße legt. Er legt ihm Krankheit unter die Füße. Armut unter die Füße. Trauer. Fluch. Mangel. Alles legt er ihm unter die Füße. Hören Sie? Gut. Und wo sind wir? Wir sitzen bei Jesus. Wir sind der Leib von Jesus. Gott legt also alles unter die Füße von Jesus und damit unter seinen Leib. Im Epheserbrief steht, er hat alles seinen Füßen unterworfen und sein Leib ist die Gemeinde. Das ist wunderschön. Es wird also alles unter unsere Füße gelegt werden und dann werden Sie auf einmal feststellen, dass Ihre Probleme verschwunden sind. Nun hören Sie gut zu. Das möchte ich Ihnen durch den Heiligen Geist verständlich machen. Gott hat nicht gesagt, wenn all deine Feinde zerstört sind und jedes Problem in deinem Leben gelöst ist, dann kannst du ruhen. Das hat Gott nicht gesagt. Gott hat gesagt, ruht zuerst, bis ich es getan habe. Hören Sie, Freunde, das ist die mächtige Wahrheit. Wenn wir wollen, dass unsere Probleme gelöst werden, dann müssen wir uns hinsetzen. Ja, aber wissen Sie, die Ärzte haben gesagt, dass ich mich hinsetzen und ausruhen kann, wenn alles geklärt ist. Das ist kein Ruhen, das ist kein Sitzen, das ist einfach eine menschliche Reaktion. Amen? Und der Teufel legt überall Feuer. Er entfacht lauter kleine Waldbrände, denn dort vor uns liegt das verheißene Land. Sagen wir, hier am Ende der Bühne ist das verheißene Land, das Land der Ruhe. Gott sagt zu ihnen, komm in meine Ruhe hinein. Komm und tritt mit all deinen ungelösten Problemen in meine Ruhe ein. Komm mit all deinen Feinden, die dich immer noch angreifen. Denn sie werden immer noch von ihren Feinden angegriffen. Tritt in meine Ruhe ein. Und wissen Sie, was der Teufel dann tut? Während wir auf die Ruhe zugehen, hören wir eine Predigt wie diese. Und etwas in unserem Herzen sagt, ja, das ist das Leben, das ich führen möchte. Etwas in unserem Herzen sagt, wenn ich nur zur Ruhe kommen könnte, wenn ich nur in Frieden leben könnte. Aber wenn Sie dann auf den Frieden zugehen, legt der Teufel hier neben Ihnen ein Feuer. Also bleiben Sie stehen und versuchen, das Feuer zu löschen. Dann spüren Sie, dass es hinter Ihnen brennt. Sie drehen sich um und sehen, dass er dort wieder ein Feuer gelegt hat. Während das Feuer vor Ihnen erstirbt, drehen Sie sich um und sehen noch ein Feuer. Also versuchen Sie, auch dieses Feuer zu löschen. Aber während dieses Feuer verglimmt, fängt dort ein Neues an zu lodern. Und Sie merken gar nicht, dass Sie im Kreis laufen. Sie löschen ein Feuer nach dem anderen. Und merken Sie etwas? Sie kommen nie bis zur Ruhe. Es gab eine Generation, die es nicht bis ins verheißene Land geschafft hat. Und daraus sollen wir alle etwas lernen. Erinnern Sie sich an die Kinder Israel und was bei Kadesh Barnea geschah? Sagen Sie, Kadesh Barnea. Kadesh Barnea ist die Grenze zwischen der Wüste und dem verheißenen Land. Gott hatte gesagt, ich habe euch das Land gegeben. Aber wie war Ihre Haltung? Sie sagten, wir wollen Spione losschicken, um zu sehen, ob das stimmt, was Gott sagt. Also schickten Sie zwölf Spione für 40 Tage los, um das Land auszukundschaften. Und als sie zurückkamen, trugen zwei von ihnen eine Stange mit einer riesigen Weintraube und sagten, das ist die Frucht des Landes. Und zwei von ihnen, Joshua an Kaleb, riefen, lasst uns sofort hinaufziehen. Ich liebe dieses sofort. Lasst uns sofort hinaufziehen und das Land einnehmen, denn Gott hat uns das Land gegeben. Aber die anderen zehn sagten, oh nein, wir können das Land nicht einnehmen. Als wir dort waren, haben wir die Enakita gesehen. Die Enakita waren ein Stamm von Riesen. Sie waren die Feinde Israels. Und sie waren sehr groß. Auf Hebräisch bedeutet der Name Enak eiserne Kette um den Hals. Eiserne Kette um den Hals. Das ist das Joch der Religion, das Joch des Gesetzes. Es hält sie davon ab, in die Ruhe einzutreten. Das Traurige ist, dass die Menschen immer der Mehrheit glauben. Und so fingen die Kinder Israels an zu jammern. Wir können das Land nicht einnehmen. Wer hatte gesagt, dass sie es nicht schaffen würden? Gott sagt, ich habe euch das Land gegeben. Gott sagt, ich habe euch das Land gegeben. Und doch machten sie sich Sorgen, weigerten sich zu glauben und weinten die ganze Nacht. Sie sagten, Gott hat uns hierher geführt, damit wir sterben. Gott hat uns herausgeführt, aber er wird uns nicht hineinbringen. Einige von ihnen haben den Glauben, um Jesus anzunehmen. Aber sie haben nicht den Glauben, um darauf zu vertrauen, dass Jesus sie in das Land von Überfluss, Gesundheit und Segen führen wird. Sie haben genug Glauben, um herausgeführt zu werden. Aber sie haben nicht genug Glauben, um hineingeführt zu werden. Aber ich möchte diesen Unglauben heute aus ihrem Herzen herauspredigen. Wissen Sie, etwas vom Traurigsten, was Jesus kürzlich zu mir gesagt hat, war, meine Leute betrachten Heilung immer noch als Werk. Meine Leute betrachten Heilung immer noch als Werk. Deshalb möchte ich Ihnen Folgendes zeigen. Diese Geschichte. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen da liegen sah, sie kennen die Geschichte, Jesus fragte ihn, willst du gesund werden? Und der Kranke brachte alle möglichen Ausreden. Da sagte Jesus in Vers 8, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und zugleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Schauen Sie, was er antwortete. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Der, der was? Der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Und wie reagierten sie darauf? Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher. Sehen Sie, was ihnen wichtig war? Anstatt zu fragen, wer ist der Mensch, der dich gesund gemacht hat, fragten sie, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte? Der Mann hatte gesagt, der mich gesund machte. Aber sie fragten nicht einmal, wer ist der Mann, der dich gesund gemacht hat. Und nun, Vers 16. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Dieser letzte Teil, weil er dies am Sabbat getan hatte, steht auf Griechisch, das Neue Testament ist ursprünglich auf Griechisch geschrieben, steht auf Griechisch im Imperfekt. Das bedeutet, dass Jesus solche Wunder regelmäßig am Sabbat tat. Das sehen wir am Imperfekt. Es bedeutet, dass er regelmäßig Heilungswunder am Sabbat tat. Das ist sehr, sehr interessant. Wenn der Mensch ruht, kann Gott sein Werk tun. Dann heilt er seinen Körper. Wenn der Mensch arbeitet, ruht Gott. Gott scheint nichts zu tun. Aber wenn der Mensch ruht, dann arbeitet Gott. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus am Sabbat, als die Menschen ruhten, mehr Heilungen und Wundertat als an den anderen Tagen. Interessant? Aber wissen Sie, was der Herr kürzlich zu mir sagte? Meine Leute denken genauso wie die Pharisäer. Sie denken, dass Heilung ein Werk des Menschen ist. Sie denken, dass Heilung ein Werk des Menschen ist. Aber Gott sagt, nur wenn der Mensch ruht, kann ich arbeiten, denn es ist mein Werk. Hören Sie? Ich zeige Ihnen noch ein letztes Beispiel, das ganz klar und deutlich zeigt, dass religiöse Menschen genauso denken. Kennen Sie die Geschichte von der Frau, die 18 Jahre lang krumm war und sich nicht aufrichten konnte? Sie war in der Synagoge und Jesus war auch da. Und Jesus rief sie nach vorn und sagte, Frau, du bist von deinem Gebrechen befreit. Legte ihr die Hände auf und sie war wieder gerade. Schauen wir einmal, was der Vorsteher daraufhin sagte. Das war der Pastor dieser Frau. Ist das zu glauben? Und er legte ihr die Hände auf und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte und er ergriff das Wort und sprach zu der Volksmenge. Es sind sechs Tage, an denen man arbeiten soll. Sagen Sie, an denen man arbeiten soll. An diesen kommt und lasst euch heilen und nicht am Sabbat-Tag. Sehen Sie? Warum sollen sie an den anderen Tagen kommen und sich heilen lassen? Weil für ihn Heilung ein Werk des Menschen ist. Der Mensch muss für die Heilung etwas tun. Kommt an den Tagen, an denen der Mensch arbeiten soll. Und manche Christen von heute denken, ich tue nicht genug, deswegen werde ich nicht geheilt. Ich arbeite nicht genug, ich tue nicht genug, ich bemühe mich nicht genug, ich tue nicht genug. Kommt an den Tagen, an denen der Mensch arbeitet und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbat. Ich liebe die Antwort von Jesus. Der Herr nun antwortete ihm und sprach, du Heuchler, löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke? Dieser, aber eine Tochter Abrahams. Sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden? Jesus sagt, eure Heilung kommt allein daher, dass ihr Kind seid. Nicht durch euer Tun, sondern durch euer Sein. Nur durch das Sein. Nur durch Ruhen. Dadurch, dass sie ein Kind Gottes sind, gehört die Heilung ihnen. Wir erleben so wenige Wunder, weil wir immer denken, ich muss dies tun, ich muss das tun. Aber ich will Ihnen etwas über das hebräische Wort Raffa sagen. Sagen Sie Raffa. Wie in Jehova Raffa. Ich bin der Herr deiner Heilung. Es bedeutet heilen. Sagen Sie heilen. Und man schreibt es so, von rechts nach links. Resh, Peh, Aleph. Raffa. Es bedeutet heilen. Und wenn wir uns die Etymologie oder Wurzel dieses Wortes anschauen, sehen wir, dass es von dem hebräischen Wort Raffa kommt, was Ruhen bedeutet. Die Wurzel von Raffa ist also Raffa mit einem He am Ende und bedeutet Ruhen. Es heißt Ruhen. Das ist also die Wurzel des Wortes heilen auf Hebräisch. Hm? Deswegen steht in der Bibel, dass wir anfangen werden, in Zungen zu beten, wenn wir mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das ist die Ruhe. Das ist die Ruhe. Machen Sie inmitten Ihrer Probleme einfach so. Das bringt mich zum letzten Teil und damit will ich schließen. In Jesaja 53 geht es darum, wie Jesus am Kreuz für uns gelitten hat. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Aber dem Herrn gefiel es, Jesus zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat. Das gesamte Kapitel ist ein messianisches Kapitel. Es spricht davon, wie Jesus am Kreuz für uns alle leidet. Und nun schauen Sie her. Jesaja 54 kommt nach Jesaja 53, nicht wahr? Erst 53, dann 54. Wie nehmen wir all das in Anspruch, das Jesus getan hat? Mit dem allerersten Wort. Freue dich, du Unfruchtbare. Gott sagt zu der unfruchtbaren Frau, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen lagst. Denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Erweitere den Raum deines Zeltes. Bereite dich auf Wachstum vor. Bereite dich auf Ausbreitung vor. Spare nicht. Spanne deine Seile weit aus. Denn zur Rechten und zur Linken wirst du durchbrechen. Und dein Same wird die Heidenvölker besitzen. Gott sagt damit, nach allem, was Jesus getan hat, ist die erste Reaktion, zu der der Herr die unfruchtbare Frau auffordert, Freude. Eine unfruchtbare Frau ist eine Frau ohne Frucht. Eine, die keine Ergebnisse vorweisen kann. Sie ist heute eine Frau, deren Körper kein Zeichen von Gesundheit zeigt oder deren Bankkonto kein Zeichen von Wohlstand zeigt. Sie ist unfruchtbar. Körperlich, geistlich, finanziell, gesundheitlich unfruchtbar. Einfach unfruchtbar. Gott wollte nie, dass der Mensch unfruchtbar ist. Am Anfang schuf Gott den Menschen und Gott sagte, sei fruchtbar. Unfruchtbarkeit ist also ein Bild für den Fluch. Und nun sagt Gott zu der Frau, wenn du wachsen und daraus ausbrechen willst, das kann sich auch auf ihre Firma beziehen. Ihre Firma kann unfruchtbar sein, ihr Profit. Dann sagt Gott, das ist das Geheimnis, Vers 2 und 3. Wenn sie daraus ausbrechen wollen, bereiten sie sich auf Wachstum vor. Gott sagt, bereitet euch auf Wachstum vor. Vergrößert euren Arbeitsbereich. Vergrößern sie ihre Firma, expandieren sie, denn sie werden bald ausbrechen. Und zwar, weil sie etwas tun werden, was? Freue dich, du Unfruchtbare. Wenn sie Gott nicht kennen, denken sie vermutlich, dass es grausam ist, von einer unfruchtbaren Frau zu verlangen, dass sie sich freut. Wenn sie Gott nicht kennen, dann denken sie, dass es grausam ist, einer unfruchtbaren Frau zu sagen, dass sie sich freuen soll, dass sie singen soll. Aber wenn sie Gott kennen, dann wissen sie, dass Gott sagt, fang jetzt schon an, fröhlich zu sein. Wissen sie, wie es ist, wenn die Ärzte alles getestet haben und ihnen sagen, dass sie gesund sind, wissen sie, wie sie sich dann fühlen werden? Nun, fangen sie jetzt schon damit an. Wissen sie, wie sie sich fühlen werden, wenn sie plötzlich sehen, du meine Güte, ich habe bei der Erziehung den ersten Preis gewonnen, 100.000 Dollar, nehme ich es an oder nicht? Ich nehme es. Und sie freuen sich darüber. Wissen sie, was das für ein Gefühl ist? Dann fangen sie jetzt schon damit an. Sitzen und genießen sie zuerst. Hören sie auf, den Urlaub zu verschieben. Hören sie auf, die Freude zu verschieben. Hören sie auf zu sagen, wenn dieses Problem gelöst ist, wenn mein Kind sein Studium abgeschlossen hat, wenn wir das haben, wenn ich dies bekommen habe, dann werde ich ausruhen, dann werde ich mich freuen, dann werde ich singen. Das ist auch der Grund, warum einige von ihnen nicht singen. Sie sitzen hier und denken, dass sie ja kein Heuchler sein wollen. Ich habe so viele Probleme, ich kann auch nicht meine Hände heben. Und wenn der Lobpreisleiter sagt, wir wollen unsere Hände heben und singen, heben sie ihre Hände nicht. Sie singen nicht einmal, sie schauen sich um und hoffen, dass der Lobpreisgottesdienst bald zu Ende ist. Der Teufel will uns einreden, dass wir Heuchler sind, wenn wir singen, obwohl wir Probleme haben. Aber Gott sagt, freue dich, du Unfruchtbare. Wenn eine Unfruchtbare singen würde, Halleluja, ich bin eine Mutter von vielen, der Herr liebt mich, Halleluja, würde der Teufel kommen und sagen, Mutter von vielen? Du nennst dich Sarah? Abraham, du nennst dich Vater von vielen? Wo ist denn dein Kind? Du bist ein Heuchler. Aber Gott sagt, nein, das macht mir Freude, denn das ist Glaube. Hey, hören Sie, es ist nicht vorbei, bis sich die Unfruchtbare freut. Halleluja! Fassen wir zusammen. Gott möchte also, dass Sie das Leben genießen, bevor das Problem gelöst ist. Und wessen Aufgabe ist es, Ihnen Ihre Feinde als Schemel zu Füßen zu legen? Die Ihres Vaters im Himmel. Er sagt, sitzt und ruht, bis ich es mache. Jesus sagte in Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Erinnern Sie sich, dass ich vorhin gesagt habe, dass das Wort Enak, eiserne Kette um den Hals bedeutet? Eiserne Kette, die um den Hals liegt. Das ist das Wort Enak für die Riesen im verheißenen Land. Ihr Name bedeutet eiserne Kette um den Hals. Das ist das Joch des Gesetzes. Und wissen Sie noch, was Jesus gesagt hat? Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Mit anderen Worten, die ihr Ketten um den Hals tragt. Was geschieht dann? Kommt zu mir, sagt er. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch Ruhe geben. Aber das Problem bei uns ist, dass wir diesen Vers nur auf die Erlösung anwenden. Wir mühen uns jeden Tag ab. Wir sind jeden Tag beladen. Wissen Sie was? Wir sollten jeden Tag zu Jesus kommen. Und er wird uns Ruhe geben. Denken Sie also nicht, wenn wir diesen Vers lesen, ach, das ist ein Vers über die Erlösung. Dieses Gebet habe ich schon vor Jahren gesprochen. Ja, wir können ihn auch auf die Erlösung anwenden. Aber vor allem gilt er für alle, die sich abmühen, die schwere Lasten tragen und von Sorgen niedergedrückt werden. Von der Schule, den Hausaufgaben, der Verantwortung, der Hausarbeit, dem Beruf, Zielen, dem Soll, den Erwartungen des Chefs, den Erwartungen der Kollegen, den Erwartungen der Familie, den Erwartungen der Ehefrau. Das kann ihre Schultern niederdrücken. Und Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr euch abmüht. Ihr ruht nicht, ihr müht euch ab und ihr seid beladen. Ich will euch Ruhe geben. In der Bibel wird nur eines genannt, vor dem wir uns fürchten sollen. Es gibt nur eines, das wir fürchten sollen. Gott sagt immer wieder, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Gott sagt das 365 Mal, habt keine Angst. Einmal für jeden Tag des Jahres. Aber an einer einzigen Stelle steht in der Bibel, fürchtet euch. Und das ist in Hebräer 4, Vers 1. Während die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht, lasst uns mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist. Das Einzige, was wir fürchten sollen, sagt Gott, ist, dass wir nicht in die Ruhe eingehen. Fürchtet, dass ihr nicht ruht. Fürchtet, dass ihr keinen Frieden habt. Und soll ich Ihnen etwas über uns Menschen sagen? Wir haben vor all dem Angst, von dem Gott sagt, dass wir es nicht fürchten sollen. Aber vor dem einen, von dem Gott sagt, dass wir es fürchten sollen, haben wir keine Angst. Gott sagt, fürchtet euch davor, dass ihr keine Ruhe habt. Wenn ihre Ruhe in Gefahr gerät, sagen sie, nein, nein, nein. Ob Hölle, Hochwasser oder Tsunamis, ich werde nicht zulassen, dass das meine Ruhe stört. Meine Schnürsenkel werden nicht aufgehen. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde sitzen. Und das bedeutet nicht, dass sich nichts ändern wird. Denn Gott hat es versprochen. Gott hat versprochen, setz dich, bis ich dir all deine Feinde als Schemel zu deinen Füßen gelegt habe. Im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen Amen.